Möchten sie den Sorgerechtsanspruch ihrer Kinder überprüfen lassen? Für das Sorgerecht minderjähriger Kinder gibt es zwei Möglichkeiten. Sind beide Elternteile bei der Geburt ihres Kindes miteinander verheiratet, erhalten sie automatisch das gemeinsame Sorgerecht. Das ist auch dann der Fall, wenn die Eltern erst nach der Geburt heiraten. Bei einer Scheidung behalten sie beide das Sorgerecht. Möchte ein Elternteil das alleinige Sorgerecht haben, muss er es beim Familiengericht beantragen. Stimmt der andere Elternteil zu, wird der Antrag auf alleiniges Sorgerecht meist bejaht. Tut er das nicht, wird der Einzelfall geprüft. Die wichtigste Grundlage für die Entscheidung ist das Kindeswohl. Einen Anspruch auf alleiniges Sorgerecht haben sie zum Beispiel bei Erziehungsfehlern, Misshandlungen, Gesundheitsgefährdungen, Vernachlässigung durch den anderen Elternteil oder wenn das Kind dort in einem gefährlichen Umfeld leben würde. Ein im Familienrecht erfahrener Anwalt kann sie dabei unterstützen, den Sorgerechtsanspruch für ihre Kinder zu prüfen. Anwalt.de – Wir machen Rechtsberatung einfach.